Willkommen zurück zu Sword Art Online Fanta Bullet, ich bin euer Ferobo und ich habe gerade diesen interessanten Gegner hier gefunden Ich bin auf der Suche immer nach den ganzen Sachen, die wir erledigen müssen Ich habe aber diesen Bosskampf hier gefunden, der ganz interessant ist, weil der einen hier verschlingt Oh, schön Ich lege jetzt in der scheiß Grütze und kann mich nicht wehren, nice So, machen wir jetzt mal hier alle Gegner wieder down oder so, halbwegs irgendwie alles Dauer Elektroscheiße ist scheiße Danke, dass ich mich nicht wehren kann, wegen der Elektroscheiße, ne Ich kann mich da echt null wehren gegen So, machen wir jetzt aber auch nicht die hier kaputt, aber Natürlich trifft er mich Natürlich Ich bin down Nice Hoffentlich werden wir jetzt nicht sterben Vor vier Facts Und das kann aber gut passieren bei den Gegnern hier So, da ist die nächste down Da ist die nächste down Schießt da Anniere mich doch, danke Weil hier eben schon gerade mal down sind Aber Nachladen So, ich werde jetzt hier Die Fischer downen kriegen Dann wird auch nicht mehr viel So, alle down hier von denen Jetzt nehmen wir auch den hier Ja, hier kriegst du mich auf jeden Fall nicht So dreckiges wie So, ich habe jetzt schon tausend, fast tausend Schuss verüberladet von meiner Waffe hier Ja, jetzt macht er bestimmt so einen Schnapper wieder Ne, er macht erst ein Greer, okay Ja, ich bin nicht in seiner Reichweite Deswegen macht er keinen Schnapper Naja, mach du mal Ich bin böse Ah, er hat sein Element gewechselt Ist auch ganz krass, dass er sein Element wechseln kann Aber so viel hat er nicht mehr Ruhe, weg da So, jetzt ist er schon im roten Bereich Nice Naja, er hat aber nicht geschnappt Ah, jetzt hat er mich Ich habe ihn gesehen Jetzt hat er hier Unseren Armeid mit drin Und da wird sie ausgespuckt Die gute Sion Naja Ich wurde auch schon zweimal von ihm geschnappt Ja, ich schnapp's mich direkt nochmal Naja, scheinbar nicht Oh, oh Trotzdem bin ich nicht reingelaufen Ja, 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 ja Wann mach ich eigentlich keinen Quetz? Oh, jetzt kommt Aber dann werde ich wohl nicht geschnappt Schade Ah, wir haben ihn gekillt What the fuck Was passiert mit dir? Mit letzten Zuckungen oder was? Einen Strohhut kriegen wir? Wow Einen Strohhut Wow, geilo Habt ihr euch schon immer einen Strohhut gewünscht? Jetzt habt ihr einen Nice Wir hatten glaube ich auch schon vorher einen gehabt Von daher Es ist egal, ich laufe jetzt hier Nur um das mal um euch zu zeigen Ich habe jetzt Das komplette Gebiet hier abgelaufen Bin hier lang Bin hier an den ganzen Seiten lang gelatscht Deswegen höchstens hier auf dem Berg könnten auch immer was sein Also ich habe echt jetzt die neue Bereiche schon wieder entdeckt Die ich vorher nicht kannte Aber ich habe bis jetzt immer noch nichts gefunden Obwohl Eine Sache fällt mir da ein Äh Das sind die Panzerdinger Okay Das bist wie heißt du? Schütte Ne, du bist nicht das, was ich suche Ich hoffe, lässt mich auch in Ruhe Da ist halt die Waffenfabrik da, ne Bist du frech? Glaube ich ja nicht Was ist das? Achso, ihr Ihr seid auch langweilig Da ist noch eine Spielergruppe Von drei Mann mindestens Du da Da ist noch nur so einer Uninteressant Uninteressant seid ihr Achja komm, nervt mich nicht Da ist noch eine Troll Treasure Box So Wir können einfach hier E.G. durchlaufen Ja Oh, ich habe aber fast kein Leben Ich bleibe mir gerade auf Jetzt Kannst du mich gefährlich werden So Wo war die Treasure Box? War die hier? Hallo? Manchmal macht die Steuerung einfach gar nichts Finde ich auch ganz interessant Ah da, die Treasure Box Wow Kann ich mich an den Ja, ich mache damit Schaden Ich kann es auch als Waffe benutzen Alles klar Nerv nicht Auch noch Spieler Warum sind hier überhaupt Spieler plötzlich? Ich will doch nicht kämpfen Verdammte Scheiße Lässt mich in Ruhe Ja Ich wollte nicht kämpfen Ich weiß aber echt nicht mehr Wo ich es sonst am Kursort suchen soll Muss ich gestehen Äh, vielleicht auf den Felsen soll ich da was Ist auch nur eine Königin Du wirst nicht Das ist die Suche Zack, zack Nein, nein, nein Alles gut Jungs Ihr lasst mich jetzt einfach in Ruhe So, und du bist auch nicht dieser Hals Dingsumse, ne? Du bist größere Schlange Und Gifting Ah, schön, dass der Instant auf mich drauf geht So, dich bauen wir auch nicht Gucken wir einfach jetzt hier oben drauf Ob hier oben drauf irgendwo eine Kiste ist Ach das Ja, da ist auch eine Kiste Aber die haben wir schon gefunden Heißt, somit da war es auch keine besondere Kiste Ja, toll Können wir mal hier gucken vielleicht Hier oben drauf Aber leider auch nix Leider hat die Kiste da oben auch schon gehabt War auch nix besonderes Alles nix besonderes hier Boah, das sieht alles so ruckelig, finde ich Versteh nicht warum, ne? Ich versteh nicht warum So, da haben wir was Ein einzelne Ding, wow Auch hier haben wir nur ein Dingsumster Wespe oder irgendwie sowas Ne, gar nix So, eine Königin noch mal von mir Ich glaub die hab ich damals, die hab ich letzte Folge gesucht gehabt Hier ist auch nirgends sowas, ne? Hier ist auch nix, ne? Ihr wisst ihn eigentlich nicht hier Das ist auch noch so ein Teil Ich will die einfach rumstehen von den Teilen So, Hallen sind wir mal Halspreis, so ist da auch keiner Wie frech die Sandfirma sind, ne? Aber ich glaub echt, hier wird nix mehr Die Dingsumster haben auch schon noch ein Map gesucht gehabt, das weiß ich noch Naja Ich weiß sonst echt nicht mehr wo was ist Ach ja, ich bin ja hier rum Ja gut, hier, wie gesagt, hier könnte noch was sein Da könnte noch was sein, theoretisch Irgendwo Das ist der einzige Ort, wo ich noch nicht geguckt habe Ansonsten, hier hab ich auch schon überall mal nachgeguckt gehabt Und hier auch, vor allen Dingen im Leuchte und so Deswegen Ich weiß echt nicht mehr wohin Ja, wir sind fast schon mal hier und gucken noch mal da Ansonsten, bin ich echt schrattlos Ich weiß nicht mehr wohin Und vor allen Dingen toll ist, da sind ja alles nicht mal wirklich richtige Dungeon Beziehungsweise hier, die unterirdische Waffenfabrik haben wir ja schon gesucht, ne? Also hier oben haben wir drauf Nein, oh, was? Da lass mich nicht investieren Okay, das wird auch neu Was haben wir hier? Oh, da haben wir ihn Level... Okay, er ist Level 72 und 1-Hit-Misch Wir haben den Honigmacher gefunden, nice Das wird ja was werden Er wird nur zwei Balken Irgendwas heißt nur, also es reicht trotzdem Der one-hitted einen einfach Das ist das Problem an ihm Er ist halt so, als ich schwach bin oder so, ne? Aber wir könnten ihn Dritsch besiegen Müssen halt nur ein bisschen vor seinen Angriffen in die Nacht nehmen Oder nicht Er freut sich, er hat einen Triple Kill gemacht Und er ist bald tot, nice Okay, dafür müssen wir noch ein bisschen levelen für den Alles klar Ja Glückwunsch, du hast insgesamt 1.000 1,5 Millionen Credits und weiter für die Eats Ah, jetzt haben wir den A-Vanzug plus auch für weiblich 30 AP haben wir bekommen Und ein Level up Ja Gott Wir sind auch ein bisschen weit weg von ihm Leider Na gut, aber müsste doch nicht eigentlich auch das Level dann dran stehen Ich meine, dafür Ich bin jetzt schon über 50 und Der one-hittet mich immer noch Ich meine ja nur, ne? Das ist also Was steht da für ein Level dran? 68, okay So, Halsbeißer In der Haltenspiele Mit der Glocken aufgehört In letzter Teil des Spiels, die plötzlich das Besuchsein verlieren und auf der Glocken wieder aufwachen Ja, aber Hä? Wo? Frag ich mich Ja, wenn der Name sagt, führt der Abyss Andere gerne Okay Ja, 64 brauchen wir dafür Das sind echt schon harte Nebenaufgaben schon Streitkristalle, ja das sind einfach nur Farmsachen Das hab ich aber schon gefunden Das ist ein bisschen Kacke, weil da brauch ich Ich mehrmals rein in den Scheiß Dungeon für Schusswaffen-Kettel, weil ich gar nicht wo das Ding war Hellenpöscher Müssen wir auch noch ein paar bestellen Na gut, dann Lasst uns mal Vergessen in den Wälder gehen Lass mal hier hin und gucken mal, was du da so farmen kannst Ach, ich hab vergessen Ei umzuziehen, ne? Oh nein! Ei, ich wollte dir noch neue Klamotten ausziehen, ob du vielleicht auch ein bisschen noch Werte kriegst Glas-Display Äh... Ausrüstung Zack Zack Naja Seht wenigstens gleich aus Genug mit Sinon Zeit Ich hab jetzt die Waffe wieder nachgeladen Oh, guck mal hier Oh, die haben wir schon, oder? Nein! Loll! Direkt neben dem Spawn liegt einfach eine Waffenkiste So, ihr seht auch ein bisschen mechanisch aus Ach, du bist ein Höllenpöscher Oh, lol, dann komm mal hier Wenn ich euch töten soll, dann... kein Problem Ich dachte, das wäre eine schwere Quest Am Grunde, oder? Ich dachte einfach, das wäre echt so eine schwere, aber... Ist ja gar nichts Ist ja super easy die Aufgabe, man kannste da hoch Kannste ja wirklich Was ist das? Was ist das? Was ist das? Der Kampf könnte ein bisschen fest, der Tipp Na, wir machen einfach mal ein bisschen Sperrfeuer drauf, ne? So Und gegnerische Spieler Aber ich Bock auf die eigentlich nicht, ne? Was ist das denn hier? Noch mehr Höllenpöscher Merken wir ja Oh, da haben die Quest schon abgeschlossen, nice Ja gut, gibt ja sonst so viel Hier, aber hey Abgeschlossen ist abgeschlossen, sie gibt schon noch einiges zu entdecken Zum Beispiel dieser Weg hier ist sehr auffällig, finde ich Ich weiß nicht, ob wir hier schon mal waren Ich glaube wahrscheinlich eh nicht, weil wir das Level nicht dafür hatten Krimkristall, okay Die haben auch immer wieder irgendwie neue Namen Deswegen, wenn ich den einen töte Ignorierte den anderen, den mische einfach Kann man die echt locker easy runterflücken, einfach Ah So Dann werden wir hier nicht noch irgendwas finden, dann Schatz Oh Aber geht eigentlich von der Welt auch noch her Und natürlich diese blöde Fähigkeit Aua Bin tot Rette mich Danke Ja, das ist hier eigentlich eigentlich, wenn wir sie haben Das ist nicht besetzend So Jetzt hat mir dein hässliches Gesicht Lust, weil das Das ist auch einfach aus Gewohnheit, mache ich das Mit dem nachladen Das ist einfach, wenn ich gewohnt bin, so ein Großes Magazin zu haben So Hier haben wir noch einiges vor uns zu erkunden Schauen wir einfach ein bisschen näher ranzukommen So So Na 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 Treffen wir mit den Schüsse, danke So Ach guck mal, hier ist ein Temp, hier ist noch ein Dungeon, aha Sehmeinern, haben wir noch ein Dungeon gefunden Hier gibt es bestimmt noch eine Kiste zu finden Habt ihr eine gesehen hier, oder? Jawoll Ist aber ein Stück normale Kiste, schade Ich hätte ja gerne eine Kiste, die steckt schon, ne Für was brauchen wir da hinten auch noch eine Kiste, haben wir die schon gesehen? Gefunden? Ne, haben wir noch nicht Ok, wir haben glaube ich hier doch gar nichts gekundet, btw Kann sein, ne Willkommen fragen, gibt es eigentlich hier, liegt einfach hier oben drauf, was vielleicht ganz kackendreißt Mal hier Ne, schade Schade, schade, schade Na ja, haben wir auch schon mal eine Schnellreisepunkte neu gefunden hier Das ist sehr nice So, jetzt Kantenflimmern, da sind noch mehr Spieler, wtf Schade, 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 schade Schade, 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 schade Schade, schade, schade Schön, dass meine Dinger einfach nicht treffen Ich bin natürlich sehr schön Ich bin natürlich sehr schön Wie verhaltet ihr aus? Schade, 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 schade Gäptling, Heine Ich will den erstmal im roten Bereich schaden Und ja plötzlich, oh, da ist auch noch eine Kiste unten. So. Es ist nicht mal vier Typen gewesen. Hier, man kommt runter. Sehr schön. So, kippen wir an den Gegner. Zack, einfach erstmal runterballern und dann kann man sich den gemütlich holen. So, hier waren wir auch noch nicht. Ja. Ich kann mich natürlich wieder da auch, wenn ich mal sehen würde. Na, kommen wir wahrscheinlich nicht, oder? Doch, kommen wir doch. Lol. Äh, da haben wir den Abyss-Anführer gefunden. Okay. Der ist Level 69, alles klar. Ihr geht mal auf den Sack, ihr Wund. Schrotflinten drohen, das ist nicht so, irgendwie, wie total dämlich. So, ja, der wird uns wahrscheinlich, von hinten, auch wieder. Bei uns müssen wir hier die Schatztruhe, wenn das geht. Er hat mich gesehen. Äh, lauf mal, Heini. Aber, ich wollte eigentlich nur, dass er läuft. Genau, lenkt die ab. Das war nur eine Treasurebox. Aber gegen den eine Chance haben, ich weiß nicht. Wir werden's feststellen. Boah, der ist so flink. Ach, Ei ist schon down. Oh, hab ich gar nicht bekommen. Nice. Oh, deine Range. Deine Range ist anders. Wenn man den Angriff macht, one-hitted der einen, natürlich. Wie soll's das auch anders sein, ne? Der kann Feuerbälle spucken. Ach, du Scheiße, das alles. Und alle anderen werden one-hitted von ihm. Nice. Äh, ich glaube nicht so. Oh, fuck. Hilfe. Wir müssen sehr schlau gegen ihn vorgehen. Wenn wir hier was gegen den machen wollen. Wenn wir gegen den gewinnen wollen, müssen wir echt mehr als schlau vorgehen. Ach, du Kacke. Die Insta-Wiederbelegung wäre ganz nice. Aber... Ich bleib natürlich an dem Scheiß-Felsen hängen. Kampfgebiet ist natürlich zum Teil gut für uns, zum Teil aber auch scheiße. Aber ich bin der Einzige jetzt noch am Nehmen. Nice. Und jawohl. Das war's dann wohl mit uns. Ja. Sag ich ja. Okay, gut. Also gegen den brauchen wir auch noch ein bisschen Level. Aber passt schon. Level up. Nice. Wir haben zwischen zwei Truhen gefunden. Und jetzt könnten wir auch in die andere Richtung gehen. Dass wir den Wald auch schon mal so ein bisschen erkundet haben, sag ich mal. Das wäre ganz nice. So, Karte. Zack. Wir waren in die vergessenen Wälder. Und hier im Feld. Und dann wollen wir den Bereich noch abgucken. Dann haben wir den Bereich nämlich hier schon mal abgedeckt. Ja, ich will da anreißen. Direkt am Anfang. Dann haben wir das nämlich erledigt. Ja, der Bisschen-Führer hat mir gedacht, das ist jetzt High-Level. Das wieder müssen wir wahrscheinlich auch nach der Ende der Story noch ein bisschen viel was tun, ob wir die killen können, denke ich mal. Da werden wir so nicht einfach vorbeikommen. Denke ich mir einfach mal. Das haben wir vielleicht noch irgendwie was versteckt. Wäre ja ganz lustig, wenn, ne? Da sehe ich noch ein Spieler. Da sind wir bald Spieler. Okay, hat mich schon gesehen. Alles klar, ich bin alleine. Da sind wir noch zu zweit. Okay. So, dann können wir jetzt erstmal den einen hier. So, die beide taunen. Dann können wir bei uns mit euch hier. So. Ist noch einer. Komm her, du. Zack, so. Alles auch schon mal? Na, so. Valtrand? Dungeon? Oh. Hä? Ach da. Oh. Noch ein Dungeon gefunden. Oh, ihr seid aber anders, ne? Warum seid ihr in Level 60? What the fuck? Aber, aber, aber. Ah, ich bin down. Ach, ja. Reanimation. Danke. Auch Daumen, sehr schön. Okay, alle Dungeon, die ich hier finde, kann ich machen. Oh, da sind noch wieder Spieler. Hä, da hat die SP-Glocken, SP-Glocken sage ich schon, 58, oh scheiße, aber kriege ich Staunen. Äh, SP-Glocken hier, 55, ne, guck mal, die hat doch noch einen Heimeingang hier, Seiteneingang, guck mal, zieh mal einer an. Kameradwerfer hier, ne, hier sind sehr viele Spieler, fällt mir auf, sind echt hochkonzentrierte Spieler hier, was soll ich denn hier hin? Na, guck mal, ja. Lass mich noch Visier, dann stirb mir mal. Aua. Oh, den haben wir auch tot. Ich würde gerne in seine Fresse schießen. Ich finde es interessant, dass manchmal keine Soundgeräusche einfach da sind. da war ein Scheißdorf. Wir gehen hier hin. Ich würde das noch aufdecken hier. Heck. Ach, guck mal, hier ist extra im Dungeon-Bereich dafür, okay. Ach so. Na, kommt ihr klar, Mädels, oder nicht? Ein bisschen komisch, dass die Spieler halt nicht von den anderen angegriffen werden, hier. Ist auch ein bisschen sehr komisch. Da muss ich gestehen. Wollen wir die machen, oder nicht? Oh, okay, sie greifen mich schon an. Dann könnt ihr mich mal im Arsch lecken, den blöden Wichser. Was ist das schon? War nichts zu dritt? War nichts zu dritt gewesen? Ein paar Roboter. Oh, lol. So, da könnten wir tatsächlich nochmal da hingehen. T-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t. Da waren ja auch noch ein paar Gegner. Ich denke, ich gehe nochmal herausfordern. Ach, ihr seid schon wieder gespawnt hier. Ja, schalgen. Geht kaputt. Danke. Okay. Aua. Okay, was ist nicht alles kann der Typ hier? Ah, ihr bleibt nicht hängen. Ja, ihr habt euch gehalten, ihr Dreckzäcke. Okay. Aber der hat Granaten. Wie einst du einen Heal kriegt? Unglaublich. Guck mal, das ist doch noch eine Kiste. Ich hab's doch gewusst. Ja. Da hab ich mich gedacht. Ist auch noch eine stinknormale... Okay. Auch noch eine stinknormale Box. Wir haben 16 Hauptquests abgeschlossen. So, ach, das waren nur die Gegner. Ja, Quests, wir müssen mal bei der Kuppel machen. So, hier. Der Biss für den Führer. Ja. Den können wir noch nicht tot. Da sind wir nicht stark genug. So. Hier. Fester Glaube. Suche die Mondträne in der vergessenen Welt. Die Mondträne brauchen wir noch. Der Regenbogenblumen 2. Das können wir wahrscheinlich erst später machen. Also hier muss auf jeden Fall irgendwo eine Kiste noch rumliegen. Eine muss auf jeden Fall hier rumliegen. Die wir noch nicht hatten. So, wir können da mal ein bisschen in die Mitte gehen. So, gucken wir einfach mal hier so ein bisschen. Jetzt sind wir noch wieder Spieler. Aua. So, jetzt bist du unter Druck. Du musst deinen Kollegen helfen. Aber... Tja. Kannst du leider nicht. Du bist zu schwach. So, wo ist hier die scheiß Kiste? So, da haben wir auch Schneeball. Dieses Ausweichen blicken einfach null. Wie ihr seht. Ja, schießt halt auf mich, genau. Schießt auf meine Leiche. Schießt einfach weiter auf mich schießen, wtf. Dreckig sag du. Der Icecat einfach weiter auf mich geschossen hat. Ja, selten das. Äh. Auf mich haben die Messe jetzt nicht übel. Ich weiß nicht, dass ich auf sie geschossen habe. So, hier. Hier ist nur das Ding, das haben wir auch schon gehört. Aber hier könnte vielleicht noch was sein. Ne? Nö, leider nicht der Dara, aber wohl da drin könnte auch was sein, ne? So als Versteck. Ja, leider. Ich könnte Hilfe gebrauchen. Aber ich bin da auch. Haha. Ich hätte vielleicht mit Deckung mal suchen sollen, ne? Hallo. Ich lebe, man sieht nur meinen Arsch. Äh. 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 Fick und ist halt. Sinan steht einfach nur rum. Komm mal da. Sinan steht einfach nur rum. So. Aua. Aua. Stör für alles Teil. Nice. Ich muss sagen, der hat auch nicht mehr viel, ne? Weißt du doch noch was hier versteckt, weißt du? Okay, hier ist vielleicht auch noch später ein Dungeon. Abonnieren will ja. Hier hätte es ja angezeigt worden. Stimmt. Ne. Ne. Hoi, hoi, hoi. Einfach hier mal. Ne. Da hinten war auf jeden Fall keiner. Da sind wir uns einig. Ist zwar hier vielleicht irgendwo noch? Ne. Hier ist auch keiner. Wo ist die letzte Box? Ernsthaft jetzt? Oh. Ey, gegen Teuerisch hab ich nicht nochmal Bock. Sorry, aber ne. Okay, was hat der für einen Sniper, bitteschön. Aua. Aua. Ich bin da. Cool. Ja, wow. Holt mich. Ernsthaft. Hallo. Hör auf hier die Gegner zu trollen, Mädchen. Ich bin da. Ich bin da. Cool. Ja, wow. Jetzt müssen die beiden mich schulden. Dankeschön. So, jetzt haben die auch noch getriggert. Nice. Er muss jetzt seinen Maid holen. Na, tut doch nicht unbedingt. Er weiß nicht, was er machen soll. Und da ist er down. Nice. So, aber hier ist Nervans von der scheiß Schatzkiste. Ich habe gesucht, gesucht, gesucht. Der ist einfach nix. Und damit würde ich sagen, wir abschieben uns dann für heute. Was ist hier wie auf den Seiten irgendwie drauf am liegen oder so? Da. Tatsache. Ihr habt es gesehen, ne? Du kommst hier rein. Das Torwäscher. Denkst du jetzt mal. Okay, ich will da bauen. Wunder. Wir machen einfach erstmal. War sogar echt das? Neul. Ja, wir brauchen den Torwäscher nicht nochmal besiegen. So ein hinterlistiges Spiel teilweise. Echt, ey. So. Wir würden jetzt gerne nach Hause reisen. Weil ich gehe jetzt mal jetzt nach hier. Und die Pfeil. Ey, haben wir auch nix eigentlich. Ja, wir gehen jetzt mal. Gehen wir jetzt mal nach Hause. Ein paar Sachen ablegen und so. Gut, dann bis dann. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein. Ciao, ciao.